Herr Kurs, was ist das jetzt für ein Plan? Der Plan ist jetzt aus 141 Wind von vorne rechts, ein hohes Eisen, 8, so nah wie möglich an die Fahndung zu schlagen. Und gegen wen zockst du denn heute? Gegen alle Turnierspieler, die natürlich dann unsere Jugend unterstützen mit ihrem Beitrag. Und wie schätzt du denn gerade deine Chancen dahin? Das wird ein klarer Sieg auf jeden Fall. Was sagt ihr dazu? Er hat recht. Habt Spaß. Jetzt wollen wir was sehen, Markus. Ja, ja, ich merkte es schon. Blutdruck steigt. Kurs erhöht sich auf 42. Genau. Leitere. Ha! Bunker. Das kriege ich hin, Markus. Machs並, machs. Ich machs, ich machs. Vielen Dank.